Heute geht also die Ausbildung der kleinen Kriegerin weiter. Wir werden erst ein paar Standardsachen machen, die ihr schon aus anderen Videos kennt. Und dann später ein bisschen Nahkampftraining. Bleibt dran! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Unser Trainingstag geht für heute zu Ende und falls ihr noch mehr von Lea sehen möchtet, könnt ihr das ja anhand eines kleinen Likes zeigen, die werden ja dann für sie gedacht. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, unten in die Kommentare, hier noch zwei Videos, die ihr vielleicht nicht gesehen habt, wünsche ich euch viel Spaß dabei, hier noch abonnieren und unten in der Videobeschreibung wie immer alle Links zu meinen Social Medias. Wir sehen uns beim nächsten Projekt, bis dann, tschüss, Stefan.